Willkommen zurück zu Alien Isolation. Es wird Zeit, dass wir verschwinden. Denn die ganze Station fliegt auseinander. Und jetzt stellt sich mir die Frage, was muss ich hier überhaupt machen? Finden sie einen anderen Weg in das Raumfahrt-Terminal? Okay. Was? Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssyntheten. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hier kriechen diese Viecher rum, ne? Wir haben Ricardo erwischt. Vorhin habe ich mich auch höllisch verjagt. Ich bin ja auf dem Weg. Jetzt hetzt es mich doch nicht so. Schlüsselkarte. Scheiße. Fuck. Station emagulieren. Dies ist keine Übung. Ich habe es gewusst. Verdammtes Dreckspack. Wir können uns hören können und Sie Teil des Teams sind. Wir haben den Wohnbereich Zufluchtsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Es sind zwar noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern, aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Siegson-Syntheten bewegen sich von Ihren Stationen fort. Ich habe erwürgte Leichen in öffentlichem Bereich. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfall-Ukordinator erteilt wurde. Wenn Sie nicht Teil des Teams sind, versuchen Sie nicht, uns zu finden. Wir werden das Feuer eröffnen. Habe ich nicht vor. Ich will abhauen. Oh, Schatz. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsicht-Syntheten. Nein, tue ich nicht. Scheiße, Mann. Zu früh geworfen. Zu früh geworfen. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. 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 verfuckter fuck jetzt ist jetzt ist der wurm drin im wahrsten sinne der entschuldigung auch So, das Lok haben wir ja schon gehört, aber das können wir ja trotzdem nochmal anmachen. Die Siegsen-Syntheten bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe erwürgte Leichen in öffentlichen Bereichen gefunden. Seien Sie wachsam. Oh, und wenn Sie uns hören können und Sie nicht Teil des Teams sind, versuchen Sie nicht, uns zu finden. Wir werden das Feuer eröffnen. Habe ich definitiv nicht vor. Keine Flammenwerfer-Munitionen mehr, so eine Scheiße. Orbital-Stabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Was? Funktionsbereit. Aber ich kann damit nichts machen. Warte mal, ich könnte natürlich... Ach, ich muss ja dann hier... Hier geht ja dann der Strom an, oder? Oh mein Gott. keine gute idee keine gute idee keine gute idee das mache ich jetzt der ist direkt hinter mir scheiße muss ich hin wo muss ich hin kacke da der reaktor nicht auf die station zurück bis die erlaubnis hierzu durch den orbitalen notfallkoordinator erteilt wurde scheiße wieso funktioniert der generator nicht ich habe keine ahnung wo ich hin muss ach mädel ey man ist das denn die möglichkeit die station zurück bis die erlaubnis hierzu durch den orbitalen notfallkoordinator erteilt wurde ich habe keine angst ich habe keine molotovs mehr das notfall situation gehen sie zum nächsten evakuierungsbund warten sie auf ihre notaufsicht zu team ich habe keine ahnung was hin muss jetzt weiß ich es hier geht sich weiter jetzt sitze ich fest jetzt sitze ich fest ich weiß nicht wo ich lang muss ich habe keinen plan dahin aber wie komme ich dahin ja wie komme ich dahin das ist hier auf dieser ebene oberer transit ich muss das ganze gleich noch mal machen weil ich habe hier echt ein problem im Das war's für heute. War ich hier schon drin? Ich hab keine Ahnung, ob ich hier schon drin war. Ich kann's gerade echt nicht sagen. Ich hab keine Ahnung, ob ich hier schon drin war. Ich hab mich nicht gespeichern sollen, wenn meine ganze Munition am Ende ist. Wieso hat der mich eigentlich gerade so lange angeguckt? Habe ich eigentlich noch Molotows? Bauen wir mal schnell einen. Der macht mir da die Tür auf, ne? Ne. Lö, 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 lö. Soviel dazu. Soviel dazu. Ne? Scheiße, jetzt füllt mir alles. Ja, finden Sie einen anderen Weg. Ihr habt leicht reden. Wie soll ich denn da hinten hinkommen? Scheiße. Oh. Ja, ist ja gut. Da ist eine Tür. Was ist denn das für eine Tür? Die ist aber zu. Was ist denn das für ein Raum? Ne, ne? Doch. Boah, ich dachte gerade schon. Was ist denn das für ein Raum? Dein Ernst jetzt? Hallo. Kannst du mich sehen? Kanna. Kanna. Okay. Okay. Das heißt... Das ist ein Wettbewerb. Wo muss ich jetzt hin zurück? Wo muss ich jetzt hin zurück? Wo ist der Generator? Der ist da. Ah, hier ist keine Tür. Stammt nochmal. Ich bin sowieso am Arsch. Ich bin sowas von am Arsch.